Hey Leute, ich bin's, MacPaperick. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr bei Ebay euer Konto bzw. euren Account dauerhaft löschen und schließen könnt. Ja, dazu geht ihr hier erstmal auf das Männchen da oben, auf das Symbol und dann geht ihr auf Ebay Konto drauf, auf den Punkt hier. Und da geht ihr jetzt auf ganz unten Konto schließen drauf. So, hier erfahrt ihr jetzt auch einige Informationen, wie lange das dauert, welche Daten gespeichert werden und ja, es gibt noch Tipps, auf was ihr achten solltet. Ihr solltet keine offenen Transaktionen mehr haben und sowas, keine offenen Zahlungsvorgänge und dann kriegt ihr innerhalb von 24 Stunden erstmal ein E-Mail zur Bestätigung und die Löschung kann dann 14 Tage dauern, aber bei offenen Transaktionen oder Zahlungen auch mal 30 bis 60 Tage und ihr könnt in dieser Phase dann die Kontolöschung auch noch, ja, wieder rückgängig machen. Ansonsten wird das Ebay Konto dann dauerhaft gelöscht. Hier wird noch gesagt, welche Daten aufbewahrt werden. Da gibt es gesetzliche, ja, Bestimmungen zu und dann könnt ihr hier unten auf Ebay Konto schließen gehen. Dann kommt ihr weiter und hier müsst ihr jetzt ja eine Kategorie auswählen, warum ihr das Ganze löschen wollt. Ja, könnt ihr irgendwas angeben und dann könnt ihr hier weiterverfahren und dann im Prinzip sagen hier, ja, Haken setzen, ich möchte mein Konto löschen und dann senden, drücken und schon wird die Löschung dann vorgenommen. Ja, ich hoffe, das Video war informativ und hilft euch. Wenn ihr habt, Daumen nach oben, gerne ein Abo dalassen. Bis dann, euer MacPavrik.